Dies ist das handgeschmiedete Stahlschwert von Geralt von Riva aus dem Computerrollenspiel The Witcher. Der Hexer Geralt von Riva ist der Hauptcharakter im Spiel, der gegen Bezahlung als professioneller Monsterjäger durch das Land zieht und dabei seine zwei Schwerter, eines aus Silber und eines aus Stahl, auf dem Rücken trägt. Das Stahlschwert dient dem Kampf gegen menschliche Gegner. Es ist insgesamt 124 cm lang und aus 1055er Carbon Stahl gefertigt. Den Link zum Schwert sowie zu unserem Shop finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Schauen Sie doch mal vorbei.